Schauspieler Patrick Heinrich spielt heute im Großstadtrevier einen Teddy. Allerdings schlüpft er nicht in ein Pelzkostüm. Seine Figur heißt nur so, Teddy Jejajek. Die Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, haben also wieder einmal die Chance, ihren Soap-Star in einer anderen Rolle zu sehen. Patrick Heinrich ist seit 2018 als Erik Fritsche bei RTL zu sehen. Außerdem verkörpert er derzeit Ralf Kegel in Die Quellen des Bösen. Teddy wird A-N-G-E-B-E-L-L-T. Im Großstadtrevier geht es allerdings etwas harmloser zu als in der neuen Friller-Serie auf RTL+. Teddy Jejajek gerät in skurrile Schwierigkeiten. Hans Filges beschuldigt ihn, in sein Haus eingebrochen zu sein. Er begründet seinen Verdacht damit, dass sein Hund bei Teddys Anblick anschlägt. Mehr Beweise hat er nicht. Obwohl sie nicht von der Theorie überzeugt sind, müssen Lukas Petersen und Bente Hinrichs den Vorwürfen nachgehen. Helmut H.U.S.M.A.N.N. und die Freundschaft Namensgebend für die heutige Folge, Ehemals beste Freunde, ist allerdings eine Geschichte rund um Helmut H.U.S.M.A.N. Der letzte Wunsch einer verstorbenen Freundin bringt ihn in Bedrängnis. Sie möchte, dass er auf ihrer Trauerfeier gemeinsam mit seinem alten Kumpel Alfie singt. Doch die einst besten Freunde haben sich vor langer Zeit nicht im Guten getrennt. Für H.U.S.M.A.N. ergibt sich eine zweite Chance, den damaligen Fehler wieder gut zu machen. Doch erneut kommen Zweifel an Alfies Integrität auf. Integrität hin oder her. Für Schauspieler Thorsten Münchow ist, ehemals beste Freunde, die beste Folge der aktuellen Staffel. Er schwärmt. Es war einfach klasse, mit meinem lieben, wunderbaren Kollegen Rainer Pivek live am Museumshafen Oebelgönne zu musizieren.